Während einem Besuch bei Disney World ist mir was aufgefallen, was ich euch schon länger mal erzählen wollte. Was die Amerikaner aus irgendeinem Grund über Deutschland denken, ist, dass es in Deutschland eine ganz große Weihnachtstradition gibt. Und zwar hat in Deutschland jeder Weihnachtsbaum irgendwo versteckt. An die Gurke hängen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung wie die drauf kommen und wer damit angefangen hat. Aber, fragst du den Amerikaner nach einer deutschen Weihnachtstradition, dann sagen wir 9 von 10, dass die Deutschen sich eine Gurke in den Weihnachtsbaum hängen. Die Christmas Pickle. Ich weiß nicht warum, es soll Glück bringen oder keine Ahnung. Aber angeblich haben Deutsche eine Gurke im Weihnachtsbaum. Ja, jetzt wisst ihr es. Falls euch irgendein Amerikaner fragt, wie es in Deutschland so läuft mit Weihnachten, ihr hängt euch eine Gurke im Weihnachtsbaum. Wenn ihr bis jetzt Weihnachten gefeiert habt, ohne euch eine Gurke im Baum zu hängen, jetzt wisst ihr es, habt ihr irgendwas falsch gemacht. mih. Ich weiß nicht, das ist das ganze Jahr. Was ist das ganze Jahr? Ich weiß nicht, das war es Hecht. Bis dann. Als nächstes Jahr. Vielen Dank.